Und der kommt gefährlich! Und dann ist er drinnen, Treffer zählt! Zacker! Der Eingewechselte! Und das ist wohl die Entscheidung in der 111. Minute. Der ist eklig getreten, da macht keiner mit bei Bruck. Er spekuliert seitdem, dass Kuro rauskommt. Kuro bleibt aber im Tor und Daka überzuckert das am schnellsten und sorgt für die Entscheidung. Ja, Missverständnis, komplettes Missverständnis in der Hintermannschaft der Niederösterreicher.